Wie war das? Ich kenne noch was? Booms. Ach, jetzt bin ich schon wieder drauf reingefallen. Das gibt's doch nicht. Zack. Zack. Ärgerlich. 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 Und nochmals ganz schön böse. Und nach da, bitte. Genau. Zack. 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 Ja. Gehen wir mal ein bisschen näher da ran. Genau, mein Prinz. So, noch eine Stufe tiefer. Damit du dir auch ja nichts brichst. Oder dir wehtust. Oder sonstige... Brüche... zuziehst. Mein Freund. Und... Er müsste ja nur noch treffen können. Woher nimmt er die alle nicht weg? Ach! Seid ihr kaputt gegangen? Das tut mir leid. Nicht. Hm-hm. Dann gehen wir mal hier rum. Und dann da rum. Dann müssen wir... wieder einen Mechanismus... ...betätigen. Hier da schon. Am besten ziehen. So. Einmal... 360 Grad. Genau. Super. Läuft ja schon mal. Ganz schön. Ja, genau. Prinz. Schlag einfach wild um dich. Das lohnt. So. Ja, genau. Prinz. Schlag einfach wild um dich. Das lohnt. Wieder ein... Mechanismus. Wieder mal drehen. Wieder mal eine 360 Grad drehen. Oh. Und die Pfeine da... fassen... direkt... ineinander... das Maß aller... Technik... das... Technikwunder. Wow. Weiß ich überhaupt lang? Ich glaube ja. Ich mag das Uhrwerk nicht. Ich mag das Uhrwerk nicht. Ich mag lieber den Teil danach. Der ist schon kompliziert. Gut. Und nun? Einfach fallen lassen. Nicht fallen lassen. Einfach... Einfach... Nein, das war dumm. Okay, einfach fallen lassen. Wie ist denn jetzt? Einfach fallen lassen. Sehr, sehr... dumm. Stattdessen... Machen wir aber den. Und lassen uns... hier... runterfahren. Genau. Müssen wir gegen den kämpfen, oder? Müssen wir gegen den nicht kämpfen? Ähm... Ich glaube wir müssen gegen den kämpfen. Oder? Egal, ich mach es jetzt einfach. Aha. Ein Cut ziehen. Und das lässt mich... eins vermuten. Ich muss gegen den kämpfen. Zack. Und... schön den Kopf massieren. Nackenmassage machen. Zack, zack. Und... tot. Das war's für dich. Bye, bye. Toll. Gut. Äh... Ah, ich seh es. Ich seh es. Ist natürlich schon nicht alles aktiviert hier. Wie man sieht. so... dann... da hinten... wo man gnadenlos dran vorbeispringen. So mag ich das. Okay. Gnadenlos dran vorbeispringen. Macht so viel... Spaß. Zack. Und das bringt mir... sehr viel. Gut. Hoch. Noch mehr Munchies. Gemansche. Gemansche. Unten. Noch mehr. So, jetzt müssen wir... den Turm in Gang setzen. 360 Grad. Und der Turm ist in Gang gesetzt. Ich fürchte, die Zeit wird knapp. Während ich mit den Türmen kämpfe, arbeitet die Herrscherin an der Erschaffung des Sandes. Es läuft. Und wir können... hinein. Tada. da... So. Jetzt ist unser Satz hier klar. Wir müssen... Genau. Müssen wir da zum... Haupteingang. Juhu. Oh. Zack. Und ich hab schon wieder Gnadenlos überzogen. Yeah. Au. Und... Zack. Ja. Einfach mal so'n Schnitt in die Mitte. Einfach mal so'n Schnitt in die Mitte. Noch weiter nach unten. Und noch weiter. Und geschafft. Und... Ich muss, äh... Jetzt... Hier lang. Dann hier lang. Dann da dran. Nein, da war ich doch schon dran. Das ist Quatsch. Da muss ich gar nicht dran. Zack. Wo muss ich eigentlich hin? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub... Ich muss einfach nur... wieder... zurück... meines Wissens nahe. Und schwingen... Gut. Perfekt. Speichern. Und... Ja. Glücklich sein. Gut. Ich mach hier einen Schnitt. Bis... zum nächsten Mal. Tschüssi Sikowski.